Die KKS GmbH in Maltsch bei Karlsruhe entwickelt, produziert und vertreibt innovative Produkte zur Abwehr von Tieren und zur Selbstverteidigung. Seit 1986 bieten wir Pfeffersprays, CS-Reizgassprays, Elektroschocker und Schlagstöcke, sowie diverse Sonderartikel wie Metalldetektoren, Personenalarmsysteme und vieles mehr. Neben der Entwicklung und Abfüllung von Pfeffersprays und CS-Sprays unserer Eigenmarke, beschäftigen wir uns auch mit der Realisierung ihrer Produktideen und individuellen Sonderproduktionen. Wir beliefern Sicherheitsfirmen, Großhändler und staatliche Institutionen in ganz Europa und Übersee. Unsere Produkte sind ausschließlich im Einzel- und Großhandel erhältlich. KKS – Ihr Partner in Sachen Schutz und Sicherheit.